Mein Name ist Hendrik Herrmann, ich bin 23 Jahre alt und habe eine Ausbildung als Fachkraft für Fruchtsafttechnik bei der Firma Baufruchtsaft in Baden-Limiana gemacht. Da ich schon immer mal in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb arbeiten wollte und die Firma an dieser Regierung noch sehr bekannt ist, habe ich mich für diese Ausbildung hier entschieden. Meine Hauptaufgabe ist hier die Ausmischung von Säften genau nach Rezeptur, sowie die Einlagerung von Konzentraten und Motorsäften in Lerbertams. Mein Name ist Thomas Wartenburger, ich arbeite bei der Firma Baufruchtsaft als Ausbilder im Bereich Fachkraft für Fruchtsafttechnik. Also zu Beginn alles mit dem Leergut, das wird abgeschraubt, gewaschen, danach werden die Flaschen kontrolliert auf äußere Schäden, innere Schäden, Restflüssigkeit oder Verschmutzung. Wenn wir den Saft in unserem Tank vorne fertig haben und zum Füller hinterschicken, muss natürlich eine Probe genommen werden, um nochmal zu kontrollieren, ob der Saft durch die Erhitzung irgendwelche Schäden genommen hat. Nachdem die Flasche dann gefüllt ist, wird sie abgekühlt, getrocknet und etikettiert. Danach wird sie wieder in Kästchen gepackt und zum Paletten gestapelt. Das Besondere am Beruf Fachkraft für Fruchtsafttechnik ist, dass ein besonderes Maß an Genauigkeit und Präzision gefordert ist, dass eine gute Auffassungsgabe gebraucht wird und dass auch ein gutes Maß an Eigenkontrolle erforderlich ist. Besonders Spaß gemacht an dieser Ausbildung hat mir, dass man eigene Ideen einbringen konnte, eine große Vielfalt auch vorhanden ist, verschiedene Säfte und allgemein die Arbeitskollegen sehr nett sind. Ja, es macht mir Spaß. Wir sind stolz, dass Hendrik zu einem der besten Auszubildenden in diesem Jahr gehört. Wir wünschen ihm alles Gute. Wir hoffen, dass wir ihn weiter fordern und fördern können und dass er sich weiterhin tatkräftig in unsere Firma einbringt. Mein Produkt ist spitze.